Herzlich willkommen zurück an Bord im Juli. Das heißt, zweite Jahreshälfte gerade angebrochen. Das heißt aber auch, kommende Woche, so ziemlich genau heute in einer Woche, fängt die BerlinCon 2022 an. Das erste Mal wieder im Sommer nach ein paar Jahren durch Corona-bedingte Verschiebungen und Ausfälle. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Wir veranstalten da wieder das Kneipen-Quiz am Samstag um knapp 14.30 Uhr. Also ab 14.00 Uhr haben wir die Location da. Kommt alle vorbei, spielt mit. Und darum soll es heute nicht gehen, sondern das ist nur die Ankündigung, auf die ich mich auch besonders freue. Aber ich wollte das zum Anlass nehmen, dass wir die zweite Jahreshälfte erreicht haben, um nochmal eine kleine Vorschau zu machen auf die 13 Spiele, auf die ich mich Stand jetzt am meisten freue. Und die ich auch hoffe, die neue Informationen nächste Woche ans Tageslicht bringen quasi. Also 13 Spiele, wo ich hoffe, auf der BerlinCon mehr zu erfahren. Ich bin mir sicher, da werden nicht mal ansatzweise die Hälfte zu kaufen sein, sondern das sind Spiele, die nach und nach hoffentlich in den nächsten Monaten rauskommen. Ein paar habe ich schon gespielt, ein paar weiß ich wenig drüber. Ich bin gespannt, was eure Tipps sind, was, oder nicht eure Tipps, eure Spiele sind, auf die ihr euch am meisten freut, wo ihr vielleicht auch hofft auf der BerlinCon oder in Essen in ein paar Monaten, so lange ist es auch gar nicht mehr hin, was drüber zu erfahren. Lasst das gerne in den Kommentaren da. Ansonsten geht es jetzt los mit meiner Top 13. Und dazu springen wir an den PC und dann seht ihr, dass mein erstes Spiel sogar schon bewertet ist. Also die Top 13, die habe ich halt schon gespielt, mit sieben von zehn Punkten bewertet. Wir haben zweieinhalb Runden gespielt. Name ist Etheria. Finde ich sehr blöd und vergessenswert, weil irgendwie sagt ja alles und nichts aus. Das war ein Spiel, was der Christoph von der Brettspielboxe mitgebracht hat. Und ich hatte gar nichts erwartet. Er hatte es angedeutet, dass das so ein bisschen wie Skio ist, was ich auch noch nie gespielt hatte. So ein Spiel, ich habe schon mal von gehört hatte, wo quasi Karten verdeckt teilweise auf dem Tisch liegen. Und man kann die dann, es sind gar keine Bilder hier, das heißt, ich blende wahrscheinlich ein paar von denen, die wir gespielt haben, ein. Die kann man dann teilweise aufdecken, ist aber immer überrascht, logischerweise, was drunter ist. Ich dachte, es wäre ein Memory-Respekt dabei. Dabei ist es nicht wirklich, weil man lässt sich halt überraschen, was wo ist und muss so ein Raster von, ich glaube, 4x4 Karten anlegen, wo bestimmte Karten aber nicht unbedingt benachbart sein sollen, weil sie sonst Minuspunkte bringen. Das ist alles in so einem Fantasiereich, wo die Ikonografie auch ein bisschen besser gemacht hätte werden können. Das Spiel an sich aber, ja, hier steht übrigens auch 4x4, ich schreibe mich wahrscheinlich schon an, ja, ja, da steht es. Die Ikonografie könnte ein bisschen besser gemacht sein, aber das Spiel an sich hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es gibt einen Einsteigermodus, der wirklich nur verdeckte Karten aufdecken in dem Zug ist oder eine Karte tauschen. Es gibt aber den weiteren, ich würde fast schon sagen, Kennerspielmodus, wo dann noch so Artefakte draufkommen, die einzelne Spezialfähigkeiten haben, irgendwie mit dem Gegner eine Karte tauschen, Runensteine, die bestimmte Punkte bringen. Das hat extrem viel Spaß gemacht, obwohl ich es halt wirklich nicht erwartet habe. Nicht viel bisher darüber bekannt, also hier 50 Ratings, es kommt beim Hochverlag im Deutschen raus. Und das ist ein Spiel, ja, kann man in der Grundversion definitiv mit der Familie spielen. Ah, hier sind doch, ah, guck mal, hier sind doch ein paar Bilder. Genau, so sieht das Raster dann quasi aus hier. Ein paar Karten aufgelegt, seht ihr schon. Und die Drachen müssen halt gezähmt werden von bestimmten Kämpfern daneben. Also hier sind zwei Zwerge, zwei Zwerge, glaube ich, bekämpfen einen Drachen, halten den Drachen in Schach. Aber wenn ihr das clever puzzelt, könnt ihr eben auch zwei Drachen, wie hier der Spieler das gemacht hat, quasi da verpuzzeln. Also ein bisschen puzzelig, ein bisschen Überraschung, was wird beim Spielaufbau wohin gelegt? Da seid ihr genauso schlau wie euer Gegner, eben gar nicht. Und dann probieren die Karten möglichst cool zu balancieren und anzuordnen in eurem Grid. Und wie gesagt, ich habe nicht viel davon erwartet, aber es spielt sich deutlich fluffiger, besser und nicht so glücklich, wie ich erst gedacht hatte, als Christoph mir das erzählt hat. Also auf jeden Fall, eins, auf was ich mich weiter freue, könnte sogar sein, ich weiß es nicht, ob es auf der Berlin-Konto verfügbar sein muss. Wenn, dann spiele ich es nochmal Probe. Und wenn es mir dann weiterhin so gut gefällt, dann würde ich es, glaube ich, auch mitnehmen. Also Nummer 13, der Name Etheria. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Also der Name, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was die Leute bei sowas denken. Etheria, dann macht es doch irgendwie ein bisschen thematischer. Aber das hier ist es für mich nicht, aber ein gutes Spiel ist es trotzdem. Dann Nummer 12, in der Hotness, relativ weit oben. Ich glaube, dass es keine Überraschung ist, Clank Catacombs. Clank, eins meiner Lieblings-Deck-Spiel oder Deck-Building-Spiele, weil immer noch was anderes dabei ist. Also meistens ist es diesen Schatz aus den Catacomben holen. Bei Clank in Space war der ganze Aufbau ein bisschen modularer und war noch so ein ziemlich witziger Humor mit Star Trek und Star Wars und anderen Popkultur-Referenzen, den ich sehr lustig fand. Und ich habe, muss ich auch zugeben, Clank lang schon nicht mehr gespielt, weil ich finde, das spielt sich besser zu dritt oder zu viert. Und so viele Leute hat man dann selten für eine größte Gruppe, zumindest ich momentan, am Tisch. Bin aber sehr hinterher, das nochmal zu spielen. Und hier kommt die neue Iteration, ist ein Standalone-Spiel, also keine Erweiterung, wie man denken könnte, weil es gab ja unzählige Erweiterungen. Das hier ist das erste Mal, dass ein Plättchen-Legespiel da quasi mit involviert wird. Der Aufbau wird also im Gegensatz zu Clank in Space noch modularer. Also wir probieren unseren eigenen, ich nehme an, Dungeon-Katacomben mit den Plättchen quasi aufzubauen. Ich fand interessant, dass es, ich weiß nicht, ob es im Deutschen bei Schwerkraft Verlag erscheint, ich nehme es mal an, weil da kamen ja alle Spiele bisher vom Clank- oder Klong-Universum raus. Im Englischen ist aber Direwolf jetzt den Weg gegangen, das Spiel selber zu veröffentlichen. Die hatten sonst immer, glaube ich, eine Kooperation mit Renegade Game Studios. Jetzt machen sie das alleine. Ich nehme an, nach dem Erfolg von Dune Imperium, dass sie da genug Know-how und Kohle gesammelt haben, um das selber zu machen. Finde ich schön, wenn quasi so ein Publisher dann auf eigenem Bein steht. Ansonsten ist über das Spiel Clank-Katacombs auf Board Game League noch nicht so viel bekannt. Es gibt einen Teaser auf der Direwolf-Seite, wo es ein paar Teaser-Bilder, Teaser-Beweg-Bilder gibt, die auf die Grafik schließen lassen. Dann gibt es gleich, kommt in ein paar Sekunden, genau, hier, das sind die Plättchen, die ihr legt. Und dann könnt ihr sehen, da werden sie quasi angelegt. Es gibt immer offensichtlich an jeder Seite zwei Ein- und Ausgänge. Bisschen vielleicht wie beim verrückten Labyrinth für Experten, hoffe ich zumindest drauf. Ich finde es ziemlich cool, dass das quasi dann, wir nicht nur einen vorgegebenen Dungeon haben, sondern auch noch entscheiden, wie der aussieht. Alle Mann miteinander. Und dann natürlich das bewährte Klang-Klong-Mechanismen, bloß nicht zu laut sein. Cooles Artwork. Also hier erwarte ich einiges von. Dadurch, dass es so wenig Informationen gibt, ist der einzige Grund, warum es tatsächlich nicht ganz so weit oben auf meiner Liste ist. Also wenn es das hält, was Klang verspricht, dann wäre es vielleicht sogar in meiner Top 5, 4 noch ein bisschen dürftige Informationen, deswegen nur Nummer 12. Nummer 11, habe ich sogar schon hier, ist Viticulture World. Die Erweiterung, die unerwartet rausgekommen ist, Viticulture, letzte Erweiterung, oder hier Tasken, wie war das, vor 10 Jahren schon fast, 2000, nee, nicht ganz so lange, 2013 oder sowas, glaube ich, kam die hier raus, ist eine Erweiterung, die das Spiel kooperativ macht. Auch gar nicht von Designer Jamie Stegmaier, der Viticulture damals gemacht hat, sondern von zwei anderen Autoren, die sich dem angenommen haben. Und Stegmaier hat dann im Hintergrund ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich glaube, relativ viel bei der Ausarbeitung dann auch geholfen. Ich habe es schon hier mit dem Wine Trade, diese große Box, wo dann alles zusammen reinpasst, habe es aber noch nicht gespielt, habe die Regeln angelesen und es ist halt auch hier so ein Modulgewirrwarr drin, wo quasi verschiedene Kontinente drin sind. Ich glaube, sechs an der Zahl. Ein Fantasie-Einspiel-Kontinent, der im Charterstone-Universum, glaube ich, angesiedelt ist, mit einer leichteren Edition, einer leichteren Ausgabe von Viticulture World. Und dann geht das aber schon hoch bis ins gehobene Kennerspiel, glaube ich. Es kommt auf jeden Fall bei Föderland raus. Ich weiß nicht, ob es auf der Berlin-Con schon verfügbar sein wird. Vielleicht haben die aber zumindest eine Probespiel-Variante da. Ich weiß nicht, ob ich es bei mir noch in den Kofferraum bekomme, wenn ich nach Berlin reise. Vielleicht, wenn sich jetzt ganz viele in den Kommentaren finden und sagen, oh ja, komm, können wir da zusammen spielen, dann würde ich mich vielleicht noch darauf einlassen, das mitzunehmen und nochmal vorzubereiten. Aber sonst werde ich es auch, glaube ich, relativ bald an den Tisch bekommen. Und ihr seht hier, das sind die Kontinente. Sieben sind es sogar, genau. Also Südamerika, Nordamerika. Ihr seht die Ruinen hier aus Südamerika, die dann hier das Taj Mahal, also nehme ich mal in Asien, die alle ihre eigenen Bedingungen haben, aber eben alle kooperativ spielbar sind. Probieren aber nach wie vor, jeder sein eigenes Weingut zu managen, müssen aber Reputationspunkte sammeln und dann muss jeder Spieler immer eine bestimmte Schwelle bekommen, weil sonst eben alle nicht gewinnen. Können aber auf bestimmten Worker-Placement-Feldern Handel betreiben und das zentrale Spielfeld, was eben für alle Spieler weiterhin, obwohl es ein neues ist, verfügbar ist, aufbessern mit so bestimmten Plättchen. Was ich einen sehr, sehr coolen Mechanismus finde, wo man vielleicht was investieren muss, vielleicht auch der eine Spieler mehr als andere, aber für alle Spieler dann dieses Worker-Placement-Feld eben aufgewertet ist. Finde ich sehr spannend und ein Spiel, wo ich nicht erwartet hätte, dass man es mal kooperativ spielt, obwohl es sich eigentlich zum Thema anbietet, finde ich. Ein Weinimperium mit vielen zu gestalten. Finde ich schön, dass das rausgekommen ist und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Nicht die einzige Erweiterung auf der Liste, ich habe zwei, ich glaube eine kommt nämlich noch drauf, auf die ich mich wirklich, wirklich freue und damit auf in die Top Ten. Und das ist, glaube ich, ein Spiel, was ich letztes Jahr schon drauf hatte und zwar ist das Verdun, ich weiß immer noch nicht genau, wie man es ausspricht. Und zwar ist das, glaube ich, der, zumindest spirituelle Nachfolger zu Calico und Cascadia. Zumindest ist es die gleiche Herausbringerschmiede, Flatout Games. Ich weiß nicht, ob es jetzt Cosmos auch rausbringen wird nach dem Erfolg von Cascadia, könnte ich mir aber vorstellen. Gleiche Illustratorin, Beth Sobel, die schon die anderen beiden Spiele gemacht hat, auch hier wieder ein bisschen puzzelmäßig. Ich glaube, Board Game Arena kann man es teilweise schon, oder nicht Board Game Arena, aber auf einem der digitalen Spielplätze kann man es schon spielen. Und hier probieren wir eben auch so Zimmerpflanzen in bestimmte Orte zu bringen. Die Zimmer quasi geben, glaube ich, an, wo welche Zimmerpflanze stehen soll, dass sie im Sonnenlicht steht oder nicht zu viel im Sonnenlicht steht, sondern im Halbschatten steht. In das Thema kann man natürlich reinbringen, was man will. Ich finde, dafür, dass es ein recht abstraktes Puzzlespiel ist, hat das Cascadia tatsächlich ziemlich gut gemacht. Und das erwarte ich eben jetzt auch von Verdun. Und es ist halt, also wenn man das hier sieht, wow, ist das wieder ein ultra schön illustriertes Set von Karten. Ich bin auch hier relativ sicher, dass das die Komplexität nicht bis ins Grenzenlose sprengen wird. Das war ja bei Cascadia hier, die ersten paar Ratings sind eben schon da. Das war ja bei Cascadia auch so, dass es quasi eigentlich wie die Spieler es wollten sich skaliert hat und nicht irgendwie direkt Modul nach Modul reingeschmissen hat. Hier erwarte ich wirklich einiges von, denn Flatout Games ist, glaube ich, ein Publisher, den wir alle auf dem Radar haben sollten, wenn es so schöne Familienspiele gibt mit ein bisschen abstrakt, ja, abstrakteren Elementen, aber schon ein Thema, was irgendwie ansprechend ist. Ich glaube, Leute, die Calico oder vor allem Cascadia gespielt haben, wissen, was ich meine. Und dass das in der Serie ist, es kann fast gar nicht besser sein als Cascadia. Vielleicht nächste Woche Spiel des Jahres. Ich bin gespannt und hier drauf bin ich fast noch gespannter auf Werdernd. Dann, was wäre die Liste natürlich ohne ein Experten-Spiel, was einiges vermuten lässt, von Fabio Lupiano und Nestore Mangone. Autobahn, ein Thema, was in Deutschland angesiedelt ist, was ja irgendwie auch so eine Urban Legend ist. Irgendwie, wenn ich auf Reisen war, habe ich auch schon immer gehört, oh, in Deutschland habt ihr die Autobahn, da kann man so schnell fahren, wie man will. Ja, vielleicht, manchmal. Aber nichtsdestotrotz finde ich das Thema tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Es ist nicht das typische Euro-Spiel-Handelsthema, sondern eben wir bauen, wobei, einen Aufbau auf einer Map, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, sei es Ticket to Ride. Dennoch, in so einem Expertenspiel finde ich Aufbau der Autobahn schon nochmal ein bisschen anders, dass wir alle eben die gleichen Autobahnen aufbauen und probieren, ich glaube, Aufträge zu erfüllen. Ich erwarte ein komplexeres Spiel, eher so in der Schiene vielleicht Marco Polo, letztjähriges, was eventuell auch noch zum Expertenspiel die kommenden Tage gewählt wird von uns und von euch, Golem. Aber, also quasi, wenn ihr das hier seht, neben dem roten Streifen hier, das sind alles Spiele aus dieser Autorenriege, alles Spieler dieser Komplexität. Ich bin immer wieder begeistert, wie viele neue Ideen man in dieses, ja, Euro-Thema noch reinbringen kann, wie viel Wiederspielreiz das dann auch ist, ohne dass man denkt, oh, das habe ich aber so schon bei, weiß ich nicht, Marco Polo, Zolkin oder sonst wo gesehen. Und auch hier erwarte ich eben wieder, dass es, dass es was Cooles wird. Ich habe mir vor ein paar Wochen ein Video dazu angeguckt von Rado, der war auch begeistert, das ist ja von vielen Spielen. Dennoch hat mich das auch tatsächlich dazu veranlasst, das mit auf die Liste anzunehmen, weil ich wieder Lust habe, auch dieses Jahr auf ein Spiel dieser Art eben. Und ich glaube, Autobahn könnte tatsächlich einer der Hits des Jahres werden. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr das hier mal ähnlich ansprechend findet wie ich. Das war auf jeden Fall Nummer 9 Autobahn. Dann haben wir zwei Spiele ähnlicher Art auf der 8 und der 7. Das erste Mal Burn Cycle und das ist, kann ich jetzt schon sagen, das Spiel auf der Liste, wo ich am wenigsten drüber weiß. Ich habe noch nie, Shame on Me, ein Chip Theory Games Spiel gespielt. Das ist der Verleger. Er hat häufig oder ich glaube sogar immer Markenzeichen, wie auch im Namen ist, diese Pokerchips drin. Gibt ja andere Spiele, ihr werdet wahrscheinlich verschiedene Sachen an den Bildschirm schreien. Immer sehr, sehr cool ausgestattet. Ich habe auf der Messe, als ich in den USA war, auch Spiele und ich glaube sogar schon Prototypen von Burn Cycle damals gesehen. Bei weitem aber nicht so ausgearbeitet, wie er jetzt aussieht. Und ihr seht hier, die Pokerchips auf dem Spiel liegen. Diese ausgearbeiteten, gehäkelten, gehäkelten, also gestitchten Spielunterlagen, wo man die Sachen sehr, sehr leicht aufheben kann. Das finde ich ziemlich cool. Und aber auch gleichzeitig Double Layered, wo die Würfel reinpassen. Extrem cool ausgearbeitet, finde ich. Also es sieht sehr, 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 sehr nice aus, finde ich. Ihr könnt gerne Informationen über das Spiel in die Kommentare schreiben. Ich habe jetzt auch schon von einigen Quellen gehört, dass sie es schon gespielt haben und ziemlich cool fanden. Das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, ist der Weight mit knapp vier. Scheint ein Spiel zu sein, wo man erstmal wirklich reinkommen muss und wo es einiges an Regeln gibt. Aber ich finde, die Optik, die Chip Theory Games, den Bass, den es generiert hat, um viele seiner Spiele, ziemlich cool. Und ich glaube, dass das erste, hoffentlich mal, was ich von denen spielen werde, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht auf der BerlinCon irgendwie zugegen sein wird. Es sei denn, einer hat es irgendwie bei Kickstarter, ich weiß gar nicht, oder vorbestellt und hat es vielleicht unterm Arm und will es unbedingt spielen. Da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mich da ansprecht. Aber sonst, guck mal hier, da sind auch schon die ersten, ja, 160, 140, 180 Euro und Pfund teilweise, ja. Ein bisschen überrascht war ich tatsächlich, Spielzeit, 45 bis 180 Minuten, lange Spannbreite. Ich nehme an, 45 Minuten gibt es wahrscheinlich so ein Einführungsspiel, wo man aber dann nur teilweise Elemente sieht. Ist nur eine Ahnung von mir. Und es wird sich wahrscheinlich eher dann auf den oberen Teil, nehmen wir an, über 90 Minuten konzentrieren. Aber, wie gesagt, wenn ihr mehr Informationen habt, gerne mit unter den Kommentaren oder sprecht mich an auf der BerlinCon, wenn ihr mich da seht. Denn, nächste Nummer, das ist nicht das einzige Chip Theory Spiel. Und zwar ist Too Many Bones, wo ihr seht, hey, manchmal fünf Jahre alt, Flo, ja. Aber es kommt jetzt im Deutschen raus. Und zwar hat sich Frosted Games dem angenommen. Ich glaube, die haben jetzt sogar schon die Vorbestelleraktion gestartet. Und ihr habt eben bei Burn Cycle bestimmt schon gesagt, hey, Moment mal, Chip Theory Games kennen wir doch alle durch Too Many Bones. Viele schon gespielt. Sehr, sehr hoch angesehenes Spiel. Ich glaube, in den Top 40 bei Board Game Geek auch inzwischen drin. Sehr, sehr viele Würfel drin. Ich habe es ein paar Mal fast an den Tisch bringen können. Also ich habe es nicht, aber Freunde von mir haben es und wollten es dann mit mir spielen und mich da quasi einführen. Das Thema, wo ich sehr dankbar wäre, dass ich nicht eben auch wieder von einem Spiel, was fast eine 4 bei der Schwierigkeit, Komplexität bei Board Game Geek angegeben hat, dass ich das selber lernen muss. Aber jetzt kommt es eben bei Frosted Games raus. Ihr seht hier die Vorbestelleraktion 150 Euro für eine Box, die voll ist mit Sachen. Klar, ein Preis, aber ich würde mich sehr darüber freuen. Nicht nur für mich, sondern auch für die Spielerschaft in Deutschland, wenn es eine deutsche Ausgabe davon gäbe. Ich glaube aber, hier war nämlich auch, Moment, genau, FAQ. 1500 Vorbestellungen, glaube ich, braucht man. Genau, die benötigte 1000 bis 1500 Vorbestellungen von Too Many Bones bräuchte Frosted Games, damit es eine Realisierung quasi möglich ist. Ich glaube, sonst wäre es nur über Umwege möglich. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn das stattfinden könnte. Wie gesagt, also bisher 325 Vorbestellungen. Ich glaube, ich werde meine auch noch in den Warenkorb schmeißen und abschicken. Obwohl das ein Spiel ist, was glaube ich tatsächlich erst, ich hatte erst Dezember gelesen, aber offensichtlich, weil ich lese jetzt hier gerade. Voraussichtlich Sommer 2023, wenn das Ziel erreicht ist, also doch später. Okay, dann Schande auf mein Haupt wieder, dass ich das hier mit aufgenommen habe. Aber das Spiel an sich ist ja schon verfügbar. Und vielleicht gibt es ja bei Frosted Games auch schon die eine oder andere, weiß nicht, interne Print-and-Play-Variante, die man auf den kommenden Messen spielen kann. Dass man es auf jeden Fall vielleicht auch auf Deutsch mal Probe spielen kann in den kommenden Monaten dieses Jahres noch. Also auf jeden Fall habe ich hiermit keine irgendwie Verwandtschaft mit Frosted Games, aber auf jeden Fall dafür gerne Werbung gemacht. Weil das ein Spiel ist, auf das ich mich sehr, sehr freue und schon seit Jahren gefreut habe. Denn wenn man, ich finde, diese Ansammlung von Custom-Würfeln hier sieht, da kriegt man direkt Lust, sowas zu spielen. Obwohl es ja ein bisschen so dieses makabre Dungeon-Crawler-Thema hat, was überhaupt nicht meins ist. Ich glaube, dass das eher sich vom Thema so anfühlt, vielleicht ein bisschen wie, nicht Dunden, wie heißt es, Roleplayer. Da bin ich mir nicht sicher. Sieht aber teilweise ein bisschen so aus von dem Würfelplatzierungsmechanismus und dem Puzzle da. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Too Many Bones, jetzt vorbestellbar bei Frosted Games und hoffentlich ein Spiel, was ich die nächsten Monate oder Wochen an den Tisch bekomme. Dann letzte Erweiterung und nächste Erweiterung auf der Liste ist Grand Austria Hotel, Alles Walzer. Nicht mal eine neue Erweiterung, die kam vor ein paar Jahren schon mal raus. Grand Austria Hotel, so ein Würfel-Drafting-Spiel, wie wir unser eigenes Hotel managen. Und dann kam, ich glaube, zwei Jahre nach erscheint tatsächlich dieses Erweiterungspaket raus, was sofort vergriffen war von Lookout-Spiele, ähnlich wie damals German Railroads für Russian Railroads. Anderer Verlag, das war damals ganz zum Glück, aber einen richtig großen Fankreis aufgebaut hat, sodass diese Erweiterung sofort vergriffen war oder nahezu sofort vergriffen war und dann für Mondpreise jenseits der 150 Euro teilweise bei Boarding Week zu bekommen war oder auf Ebay. Habe ich nicht eingesehen, ich wollte es aber unbedingt mal spielen, habe es noch nie gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Jetzt wird es wieder verfügbar sein wohl. Es gibt ein paar verschiedene Module drin, wo wir die Leute nicht nur in unser Hotel einquartieren können, sondern ich glaube, die auch noch zu einem Opernball schicken können. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schönes Spiel, was ich auch schon länger nicht mehr an den Tisch gebracht habe, aber eines der besten Euro-Game-Würfel-Drafting-Spiele ist. Davon gibt es ja tatsächlich auch einige inzwischen. Aber dieses hier hat mir immer Spaß gemacht, auch aufgrund des Themas, weil irgendwie so Hotelmanagement finde ich ein ziemlich unverbrauchtes Thema für Euro-Spiele. Und jetzt, ich nehme an, in den kommenden Monaten auf jeden Fall verfügbar. Habe ich auf jeden Fall bei der Lookout-Spiele, ich weiß nicht, ob ich es bei einem Newsletter oder irgendeine Newsseite gelesen habe. Und ich bin der Erste, der das, glaube ich, in den Warenkorb packt. Habe es schon auf vielen Spiele-Seiten offen und gucke nur noch, aktualisieren, was verfügbar sein wird. Ich nehme an, August haben die meisten es als Listungsdatum da und ich freue mich drauf, auf alles Walzer. Dann sind wir in der Top 5 gelandet und zwar ist das John of Arc. Und das ist eigentlich, ihr seht es hier, das Orléans, jetzt sage ich gerade bei einer Roll-and-Write, nein, es ist ein Draw-and-Write. Ich nehme an, Flip-and-Write, Karten ziehen, hier auch nicht viel darüber bekannt. 45 Minuten, glaube ich, knapp angegeben, genau. Also ich hoffe mal, dass es ähnlich gut ist als Umsetzung und nahe kommt dem Grundspiel, wie Rogers of the Dungas das Würfelspiel, das Roll-and-Write-Spiel. Rainer Stockhausen, auf jeden Fall Kur-Autor, der Autor auch vom ursprünglichen Orléans-Spiel, war ja damals ein Back-Building-Spiel, wo wir bestimmte Arbeiter jede Runde aus unserem Beutelchen gezogen haben und mit denen dann Aktionen auf einem eigenen Worker-Placement-Feld gemacht haben, aber die teilweise dann auch permanent in die Stadt schicken konnten. Ich bin gespannt, welche Mechanismen davon im kleinen Bruder-Kleine-Schwesterspiel dann aufkommen. Ich soll Kleine-Schwesterspiel sagen, wenn John of Arc quasi die Titelheldin hier gerade ist. Bin gespannt. Auch hier sehr, sehr, sehr wenig darüber bekannt. Aber ich hoffe, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Obwohl so wenig bekannt ist, 2022 ist hier, ich nehme an, frühestens Essen. Aber vielleicht gibt es ja schon die eine oder andere Information mehr kommende Woche. Ich werde mich auf jeden Fall dahinter klemmen. Einer der, ich glaube, zwei oder drei Threads, die es hier unten gab, war, warum muss das Cover so hässlich sein? Ich finde es gar nicht so hässlich. Also ich finde es irgendwie, es hat diesen Charme und die Optik, die All-Ire auch hat. Und freue ich mich irgendwie darüber. Also ich bin gespannt und ich bin ein Roll-and-Ride-Fan und werde auch nicht müde, das zu betonen und die Spiele zu probieren. Also John of Arc, meine Nummer 5. Dann ein Spiel, was, glaube ich, viele von euch auch erwarten. Ihr seht es hier, ist Endless Winter. Die Palo-Americans oder die Palo-Amerikaner kommt jetzt ja auch bei Pegasus-Spielen raus. Das haben schon viele, die es international unterstützt haben, glaube ich, bei sich zu Hause. Jetzt die kommenden Monate soll es wirklich rauskommen. Und ich hoffe wirklich, dass das irgendwie in einer Art und Weise entweder die, das ist, glaube ich, eine sprachneutrale Originalvariante im Englischen oder halt die eingedeutschte Variante mit deutscher Regel von Pegasus nächste Woche irgendwo verfügbar sein wird. Vielleicht nicht mal zum Kaufen, aber zumindest zum Testen. Ist ein Spiel, was so eine kleine Kickstarter-Krankheit hatte, wo ich ein bisschen verwirrt war. Eine Erweiterung nach der anderen. Also wenn man hier, ist alles eingetragen. Genau, ihr seht ganz, ganz viele Erweiterungen, die, okay, hier ist eine Promo, aber sonst viele Erweiterungen, die das Spiel direkt mitbringt. Wo ich verwirrt und brauche ich die? Kann ich nur das Grundspiel spielen? Und ist das schon Kenner- oder Expertenspiel genug? Wo ist das angesiedelt? Bin ich ein bisschen ratlos? Aber zwei Gründe, warum ich dieses Spiel so unfassbar charmant finde, ist A, das Thema irgendwie wie damals ein bisschen von Stone Age mit deutlich cooleren Komponenten. Das ist nämlich Grund 2. Und dieses Zusammenspiel, wie es auf dem Tisch und den ganzen Bildern, die man bisher gesehen hat, auch damals auf der Kickstarter-Seite gesehen hat. Okay, das hier ist fast schon Kunst. Oder nicht fast, das ist Kunst. Die ganzen Holz-Meeple. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darüber auch, welche Komplexität das Spiel dann tatsächlich an den Tag legt. Großer Umfang auf dem Tisch, großer Footprint. Aber ich bin sehr gehypt auf dieses Spiel. War so eine graduelle Kurve bei mir. Erst dachte ich mir so, ja, okay, ist ganz schön gehypt. Sehr, sehr viele freuen sich da drauf. Ich muss das jetzt nicht unbedingt an den Tisch bringen. Und je mehr ich quasi auf dieses Spiel, je häufiger ich damit konfrontiert wurde, dachte ich mir, ja, okay, es sieht schon sehr cool aus. Oh ja, okay. Und hier noch dieses Double Layer Board. Und oh ja, okay, hier noch unser eigenes Spielbrett mit, weiß nicht, kleinen Ilus drauf. Ja, und jetzt bin ich auch im Thema angekommen und freue mich ebenso wie ihr auf dieses Spiel. Endless Winter Paloamericana. Auf jeden Fall eins, was ich auf dem Radar ganz oben behalten werde. Und dann Top 3. Das nächste ist, passend, Next Station London. Ein Spiel, was ich jetzt ein paar Mal schon gespielt habe. Und zwar auf Board Game Arena. Auch das hat mir Christoph gezeigt. Ich war erst verwirrt, weil das ist bei Board Game Arena kostenlos zu spielen tatsächlich. Und dann habe ich da drauf geschickt und war total verwirrt. Hatte keine Regeln irgendwie im Kopf. Und dann dachte ich mir, ja, okay, irgendwann anders. Und dann hat Christoph es mir eben erklärt. Ist ein Flip and Ride Spiel, was auf der App oder auf der Board Game Arena Umsetzung extrem gut zu spielen ist. Weil es sehr, sehr viel von dem, wo kann ich welche Route hinzeichnen. Also ihr seht, wenn ihr euch mal, wir bauen ein U-Bahn-Netz, wie der Name vermuten lässt, auf. Und wir können von diesen kreisförmigen U-Bahn-Stationen, können wir dann quasi ein U-Bahn-Netz ausbreiten. Und ihr seht, da ganz leicht sind diese schaffrierten Linien. Und die können wir quasi verbinden. Dadurch, dass man aber dann auf der App sieht, das pulsiert dann so, welche man gerade mit welchen verbinden kann, wird einem schon mal abgenommen zu gucken auf dem Blatt Papier. Oh, Moment mal, wo kann ich denn gerade? Es macht, glaube ich, es leichter, wenn man das in digitaler Umsetzung spielt. Man probiert möglichst viele Städte mit möglichst vielen verschiedenen U-Bahn-Linien, die man nach und nach einträgt, zu verbinden. Ich war beim ersten Mal, bin ich total nass gemacht worden von Christoph. Und dann habe ich gemerkt, okay, diese kleinen Kniffe sollte man vielleicht taktisch auch noch, sehr taktisches Spiel vielleicht beherzigen. Denn man kann schon bis vorausahnen, welche Symbole, die nach und nach rauskommen, denn nach und nach verbunden werden können. Oder ich quasi planen sollte, dass ich die in den kommenden Runden verbinden kann. Und dann gibt es bei jeder U-Bahn-Linie eine eigene Wertung. Ihr seht zum Beispiel, die grüne Wertung hier ist, die grüne U-Bahn ist in sechs verschiedenen Distrikten. Hier gibt es verschiedene Distrikte, die sind immer in diesen gelben Kästchen eingeteilt. Und der Distrikt mit den meisten Stopps hat drei, also kriegt man sechs mal drei, plus zwei Punkte für jede Überquerung des Flusses, also 20 Punkte. Das Spiel spielt sich über vier Runden, also einmal die grüne, dann die pinke, dann die blaue, dann die lila. Nicht immer in der Reihenfolge notwendigerweise. Und dann ist das Spiel vorbei. Locker in zehn Minuten spielbar, in digitaler Form. Wenn man ein bisschen überlegt, vielleicht 15, maximal 20 Minuten. Und die Wertung übernimmt dann halt eben auch das, logischerweise, Boardgame Arena-Skript. Ein unüblicheres Roll- oder beziehungsweise Flip-and-Ride-Spiel, weil irgendwie diese Routen nicht ganz so eingänglich sind. Im ersten Spiel ist man verwirrend. Ich glaube, Leute, die das schon mal gespielt haben, machen euch immer nass, wie ich auch nass gemacht wurde. Ich bin auch immer noch nicht gut da drin. Es macht mir aber extrem viel Spaß, diese U-Bahn zu bauen. Im Deutschen kommt es, glaube ich, von HCM-Spiele raus. Ist das richtig? HCM-Kinzel, genau, ja. Und ich bin dann mal gespannt, ob ich es auf dem Papier auch so gut finde wie jetzt digital. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf und so oder so ein Spiel, man kann es halt nicht immer mit jedem digital spielen, was ich dann erwerben werde. Weil die letzten Tage, seit ich es vor einer Woche, glaube ich, das erste Mal gespielt habe, bin ich ein bisschen süchtig und habe, glaube ich, schon fast zehn Partien gespielt. Ja, Next Station London absolut zu empfehlen und ich freue mich drauf, es in Papierform auch mal auszuprobieren. Und auch Nummer zwei habe ich schon vor mir und hier im Regal stehen, da vorne, ist The Guild of Merchant Explorers. Und wie ein paar Spiele dieser Liste, absolut doofer Name, finde ich. Jedes Wort davon ist wie so zufällig generiert im, hey, ich brauche noch einen Namen für meinen Spielgenerator von Google oder sowas. Okay, dann nehmen wir Guild, okay, dann nehmen wir noch Merchant und dann nehmen wir noch Explorers rein. Ja, kommt alles zusammen und ich habe keine Ahnung, was das Spiel macht. Das Spiel an sich ist aber sehr cool. Es ist ein Roll-and-Ride-Spiel und jetzt, ja, ich weiß, es waren ein paar auf der Liste, haltet aus, ohne dass es wirklich ein Roll-and-Ride-Spiel ist. Es flippt erstmal Karten, haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Aber dann malen wir nichts oder tragen nichts irgendwie auf dem Papier oder einen abwaschsparen Block ein oder sowas. Sondern wir legen das mit Würfelchen auf diese Karte, die wir haben. Und das macht auch total Sinn, denn diese Würfelchen werden am Ende jeder Runde wieder weggenommen. Wir spielen ein paar Runden, können im Laufe dieser Runden auch Spezialfähigkeiten anhäufen. Die sind hier links gerade abgeschnitten, noch so ein bisschen zu sehen. Und nur die Städte, die wir bauen, wenn wir quasi ein Areal komplett mit Würfelchen belegen. Also zum Beispiel, wenn in dem Beispiel hier wir jetzt diese Mountain Range hier, also dieses Bergfelder, komplett mit Würfelchen bedeckt hätten. Also hier, hier und hier. Dann würden wir eine Stadt bauen können. Das hat dieser Spieler jetzt in der vorigen Runde wohl schon mal gemacht. Also hier, hier und hier waren Würfelchen. Und je nach Runde dürfen wir halt auf bestimmten Arealen diese Würfelchen platzieren. Dann dürfen wir in einem vollkommenen erschlossenen Areal eben eines der Würfelchen durch eine Stadt tauschen. Und das hat der Spieler hier gemacht. Was den Vorteil bringt, dass wir in den kommenden Runden von jeder Stadt uns ausbreiten können. Also normalerweise gibt es ein zentrales Feld, von dem wir uns jede Runde wieder neu ausbreiten. Je mehr Städte wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir. Aber es erinnert im losesten Sinne vielleicht ein bisschen an Kingdom-Bilder, was viele Fans hatte, aber häufig verrissen wurde. Das hier ist viel eingänglicher, viel schneller gespielt und hat halt diesen Roll and Ride. Schnell gespielt, schnelle Züge und irgendwie süchtig machen Charakter. Dazu gibt es verschiedene Maps. Das hier ist, glaube ich, die Anfänger-Map. Und was ich halt am liebsten mag, sind diese Karten. Hier unten seht ihr sie teilweise. Zu bestimmten, das ist der Auswahlmechanismus, also es wird eine Karte aufgeflippt, dann seht ihr könnt entweder ein Bergfeld oder zwei Wiesenfelder irgendwo oder zwei zusammenhängende Felder irgendwo mit Würfelchen versehen. Aber irgendwann kommt dann je nach Runde auch eine Einser-, Zweier- oder Dreierkarte raus. Und dann können wir uns eben eine Spezialfähigkeit selber aussuchen. Wir ziehen, glaube ich, zwei und können dann eine aussuchen, was irgendwie sein kann. Du kannst eine Linie von fünf zusammenhängenden Feldern mit Würfelchen bedecken oder du kannst vier Ozeanfelder bedecken oder in einer Linie von dem gleichen Areal alles bedecken oder sowas. Also sehr machtvolle, einzigartige Aktionen, die dann nur wir eben als Spieler haben. Und bei mir war vielleicht das, was ihr jetzt auch habt, okay, klingt alles nicht so besonders. Es klingt auch nicht so besonders. Wenn man es dann aber spielt, ist es wirklich sehr süchtig machend. Und auch wenn es diesen Mechanismus, alles schon mal gab, in diesem Spiel verwurschtelt, doch irgendwie ein bisschen neuartig ist. Und süchtig machend, auch wenn der Name eben ziemlich doof ist, weil er sehr, sehr, sehr generisch ist. Aber hey, das Spiel ist trotzdem gut und es kommt von Scalic Games raus und ich glaube, da haben sie einen Hit, der vielleicht sogar auch für das Spiel des Jahres nächstes Jahr relevant werden könnte. Ich weiß auch nicht, was sie damit machen, ob sie den irgendwie eindeutschen oder so lassen. Mir würde auch nichts Besseres einfallen. Es ist ja schon nicht sehr thematisch, aber ein bisschen liebevoller hätte man das schon gestalten können. Aber trotzdem ein sehr, sehr cooles Spiel. Eines, auf das ich mich sehr, sehr freue, noch ein paar Mal an den Tisch zu bringen. Und dann kommen wir zur Nummer 1. Und das ist auch Anfang des Jahres das erste Mal gespielt, Mind Management, geschrieben MindMGMT. Ein Hidden Movement Game, wo es ein witziges Phänomen bei mir gibt. Ich glaube immer, diese Spiele, diese Art mehr zu mögen, als ich es dann, glaube ich, tue. Also A, hat man nicht so oft Zeit oder die Runden, das an den Tisch zu bringen. Wenn ich sie dann aber spiele, liebe ich sie fast immer. Aber irgendwie, wenn ich dann vielleicht doch mal 3, 4 Leute habe, die das spielen könnten, spiele ich dann doch schnell was anderes. Weil es halt dieses ist, okay, wenn man Fehler macht, ist normalerweise das Spiel für alle im Eimer. Kann hier auch passieren. Es ist aber so streamlined, dass man von vornherein sehr viel deduzieren kann. Also viele Spiele dieser Art dauern entweder ewig lange. Die Akten von Whitechapel, oder ihr wisst, welche Spiele ich meine, lassen grüßen. Da dauert es eine ganze Weile, bis da eine coole Verfolgungsjagd. Oder auch bei Scotland Yard. Das kann unter Umständen früh losgehen, dass es spannend wird. Wie verfolge ich gerade Mr. X durch London? Aber es kann eben auch langweilig sein, wenn eben keiner ihm oder ihr auf den Spuren ist. Und das ist hier, finde ich, nicht so. Dadurch, dass der, der sich in der Stadt quasi bewegt, hinter so einem Sichtschirm, verschiedene Merkmale in der Stadt abdeckt und besucht und uns dann auch manchmal sagen muss, welche er besucht hat, kann man ziemlich gut auch zurückverfolgen, wo er wohl war. Und das fängt auch schon relativ früh an, spannend zu sein. Es gibt nämlich nicht irgendwie 150 Plätze wie bei anderen Spielen. Sondern ich glaube, was sind es, 25? Ein paar mehr. Aber es ist sehr, sehr gut verfolgbar, wo eventuell gerade jemand ist. Und dazu kommt noch, dass, sagen wir mal, die Verfolger im Team häufig daneben liegen und eben nicht so gut sind. Das balanciert das Spiel aus, denn Runde für Runde ist so ein bisschen eine Kampagne oder vielleicht sogar ein bisschen Legacy-Aspekt. Kriegen dann das Verliererteam weitere positive Karten dazu oder weitere positive Spielelemente. Da ist so ein kleines Büchlein dabei, wo man dann so Kartenpacks rausziehen kann. Und sagen wir mal, wir als Verfolger haben gerade den Mr. X, sage ich, nenne ich ihn jetzt mal, den der weggelaufen ist, nicht gefunden. Dann können wir durch dieses Kartendeck eben weitere Elemente dazu bekommen, die es uns einfacher machen. Oder andersrum eben, wenn Mr. X es nicht geschafft hat, zu entkommen und Down gefunden wird, dann kriegt er eben leichtere Spielelemente dazu. Finde ich sehr faszinierend. Ich habe das nur zweimal gespielt, beides Mal im Verfolger-Team. Und ich glaube, beide Male haben wir ihn nicht gefunden. Und wir haben dann, weil es ein Probespiel war und nicht unser Spiel war, diese Decks auch nicht geöffnet, obwohl es wieder zurücksetzbar ist. Es macht dazu, ich glaube, das ist auf dem Comic basierend, optisch sehr, sehr viel her, finde ich. Dieses absolut wirre, bunte Stadtleben da mit verschiedenen Spezialeffektkarten, die sehr, sehr cool, finde ich, designt werden. Und ich freue mich, dass es im Deutschen rauskommt. Und auch da, stimmt, kann ich nämlich noch aufmachen, ich habe es nämlich noch offen hier, kann man auch gerade unterstützen bei der Spiele-Schmiede. Noch fast einen Monat aktiv. Das soll, glaube ich, tatsächlich im Dezember kommen, wenn ich mich nicht recht versehen habe. Ihr seht hier Folienstifte, worauf Mr. X dann quasi seine Sachen macht. Hier die Karten-Packs, dieses, genau, Shift-System heißt es, wo dann entweder Mr. X oder die Verfolger bevorteilt werden. Wenig Aktionen wirklich zur Auswahl. Es ist ziemlich simpel und leicht zu erlernen, was auch ein Vorteil ist gegenüber anderen Hidden Movement Games. Und dann ist hier unten, ihr seht ein paar Empfehlungsvideos, meins, ich habe es irgendwann mal in einem Logbuch erwähnt. Könnt ihr irgendwann, ich vielleicht verlinke es hier auch noch, wo ich davon erzähle, ich habe es auf der Cruise damals gespielt. Genau, im Dezember 2022 soll es rauskommen. Ich hoffe es, dass das auch so sein wird. Aber ihr könnt es unterstützen für, was ist es, 55. Das finde ich für ein Spiel diesen Umfangs mit so vielen Packs tatsächlich absolut okay. Und ich freue mich darauf, dass es dann im Deutschen rauskommt, wie alle 13 Spiele dieser Art. Wobei ich hoffe, dass sie alle im Deutschen rauskommen. Und ich hoffe, dass das auch vor allem noch bei den meisten Spielen dieses Jahr passiert. Aber sehr, sehr viele Spiele. Wie gesagt, schreibt unter das Video, auf was ihr euch vielleicht von diesem oder von Spiel, nicht nicht erwähnt habt. Was ich vergessen habe, am meisten freut. Definitiv keine vollständige Liste, weil es kommen noch wahrscheinlich hunderte Spiele raus vor Essen. Dann werde ich vielleicht die Liste auch nochmal updaten. Aber ich freue mich drauf und ich freue mich auch, euch kommende Woche dann in Berlin auf der Berlin-Beretspiel-Con, so ist es genau genommen, zu sehen. Und vor allem auch, wenn ihr um 14.30 Uhr Samstag zum Kneipen-Quiz kommt. Ihr könnt auch was gewinnen. Das Kneipen-Quiz von Moses zur Verfügung gestellt. Und ja, ich freue mich. Wird eine tolle nächste Woche. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen schon mal und bis dann. Ciao. Zusehen schon mal.